Jo Leute, heute machen wir wieder ein Let's Draw für euch und diesmal haben wir so ein Sprachstück, sofort zum Anfang, so einen riesigen Stift und wollen gucken, ob man damit malen kann. Und zwar malen wir jetzt, was soll ich denn jetzt mal mal? Okay, die Runde 1 beginnt in 3, 2, 1, go! Maxi malt eine Uhr. Nein, die Finger beginnen. Nein! Was ist das denn für eine Uhr? 1, 2, 6, 9, 1, 2, 3, und jetzt noch hier so ein fettes Ding. Stopp! Das ist Maxis Uhr, die er mit dem großen Stift gemalt hat. Ja, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Er hat auf jeden Fall Sekunden dafür gebraucht. Jan malt jetzt eine Lampe. 3, 2, 1, go! Was ist das für eine Lampe? Ja, auf dem Kopf sieht man das nicht. Stopp! Okay, sieht man das? Ja. Also, ja, Lampe. Hier ist das, wo das Licht rauskommt. Und ich habe Sekunden dafür gebraucht. So, kommen wir mit dem Nunen zum zweiten Teil. Nachdem wir den ersten Teil mit dem Riesenstift überwunden haben, machen wir jetzt die zweite Challenge. Ich weiß nicht, was wir sagen, so. Das geht halt in den Mülltang zu kloppen. Ja, und zum Abschluss kloppen wir den großen Stift im Mülleimer. Also, was machen wir denn jetzt? Runde 2. Wer kann schneller ein Papierfliegerbusten? Ein Papierfliegerbusten. Wie Maxi den großen Stift mit seinen Hasenzähnen durchnagt. Durchnagt. Okay, 3, 2, 1, go! Fertig! Was? Okay, meins. Sieht doch gut aus. Maxis. Was soll das denn sein? Was soll das denn sein? Ja, das sieht doch voll schön aus. Als dritte, vierte Runde und letzte Runde für heute. Malen. Okay, als dritte Runde machen wir, wie jemand seinen Stuhlgang verzerrt. Und go. Fertig? Geh nicht. Doch. Okay, so sieht meins aus. Das ist der Mensch und das ist der Stuhlgang. Und er verzerrt ihn. Die zweite Runde geht ein Maxi, aber weil ich eher fett war, habe ich die eher Runde gemacht. Es steht Gleichstand. Es steht Gleichstand. Kommen wir nun zum Finale. Es steht nicht Gleichstand. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei. Oh. Fünf, drei. Okay, es steht fünf zu drei für Maxi. Und was noch kommt für eine Challenge ist die 3% Tomatensaft mit Cola und Fanta. Wer davon mehr trinken kann. Es wird jetzt noch der große Stift in die Mülltonne gepfeffert. Ja, dann nehmen wir euch doch gleich mal mit. Und zwar, ja, nimm den großen Stift. Und dann haben wir hier auch schon, ja, die Mülltonne. Stopf rein, sagst du? Scheiße, get in her. Scheiße. 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 Es bleibt schon.